yo leute was geht ab euer swissif alias tonsüß wieder mal bumsüße 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 ich wollte euch nur ganz kurz diesen clip zeigen den ich einfach nur lustig fand tut mir leid es so lange keine videos gekommen sind ich weiß einfach nicht was hochladen weil ich auch gar nicht zum zocken komme oder so aber ich werde vielleicht in zukunft andere videos hochladen auf jeden fall ich fand es so witzig wie mein schuh wegflogen ist und das wollte ich euch einfach mal zeigen ja es ist so ein neues gerät im fitnessstudio wo man schnell als 20 km h rennen kann fand ich auf jeden fall obergang musste ich direkt mal testen und was geschieht genau dann wann mein freund ich filmte liegt mein schuh weg also macht's gut liebe Leute, haut rein, bis bald und dankeschön